Haben Sie diese Liste gesehen? Krankenhaushölle im Grace-Loan-Memorial gefeuerte Chirurgin-Pakt aus. Bailey wird mich umbringen. Jede Aktion. Wieso entscheidest du dich für das, was dich ins Gefängnis bringen kann? Hat Konsequenzen. Ich würde gern erklären, wie es dazu gekommen ist. Vor allem Bailey, das bin ich ihr schuldig. Ich hab meinen Sohn nach ihr benannt. Sie könnte dich bitten, das rückgängig zu machen. Grace Anatomy. Die neuen Folgen. Immer mittwochs, 20.15 Uhr. ProSieben.